So jetzt noch mal die 4,57er und 6s 1p mit 1200 am Motörchen. Geschenk sein. 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was für ein Thema kommen, fahrt mich wohl an. Was für ein Thema? 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 Upsala. Könnt ihr pissen, ist ihr schwarze? Upsala. ... ... ... ... ... ... ... Das ist gar nicht mehr so. Die Pieper stehen auf drei Sechsen. Die Pieper stehen auf drei Sechsen. Drei Sechzig, neun Sechzig, okay. Das waren jetzt gemütliche 94. Circa 25.000 Umdrehungen war das über. Heißkalt, alles schön. Motor 28.000. Motor 28,7. Akku ist klar, 51. 48. Das bewegt sich. Ja, so muss das sein. Aber für die Leute, die 100 fahren wollen, reicht das. Okay. Das waren jetzt immer noch, oder ne, andere Motoren, TFL 4092 mit 1200 Umdrehungen an 6s. Das nimmt dann so über einen Daumen. 25.000 Umdrehungen. Alles klar. Das war's, was ich da? Ja. Ich weiß nicht, wie es ist, ist es? Ich glaube, dass man sich das hier nicht macht.